nein never dunkel nicht nur meine fackeln ja wie groß machen wir den raum denn da rach erst mal machen wir so davon immer noch vergrößern können ja dazu so sei genug platz hier Auf den Scheiß ablegen. Leder. Hä? Herr Venturi ist schon wieder voll. Ja, ich habe auch gerade erst mal leer gemacht, hier viel Zeug zu einsetzen. Da eine und da eine. So, was hat denn hier? Chorall. Ja, voll Chorall. Hier ist ein komischen Kaktus, so ich auch mal da rein. Da müssen wir Steinkram... Holz packen wir wieder in eine andere Kiste, oder? Ja, würde ich doch tun. Von der extra Kiste. Wiebwut. Warte mal, kann man abzeug nicht in eine Maschine schmeißen? Ja, komm mal her, ich habe hier für dich eine Obsidian Mining Cell in der rechten Kiste. Obsidian Mining Cell? Wie schön. Da ist ja... Wenn du die Slaps... Du hast ja vorhin irgendwelche Slaps gemacht, die habe ich jetzt im Inventar, aber da die Kisten hier voll sind... Nein, pack ich so lange hier nebenan in die Kiste. Äh... Da... Ja... Das ganze Obsidian Zeug tue ich hier auch mit in der Steinkiste. Roh... Äh... Viecher! In der Basis! Wo? Ja, wo die manchmal herkommen... Ja, keine Ahnung. Unglaublich. Mhm... Ob die mir durch die Wand glitschen, oder so? Auf jeden Fall, wenn der Obsidian suchst, das ist hier in der Kiste, da sind es Roherz, Barren und Passlabs... Weil ich habe nämlich da drüben noch mehr Obsidian Notes gefunden. Zwei oder drei Stück. Ja, das sind so... Dinge... Ja, ich hatte hier so ein paar Blümchen noch. Können die da mit bei? Äh... Ist auch noch gar nicht drin. Hm... Was hat eigentlich für ein Zeug... Glob of... Guh... Hm... Die kann man dabei packen. Die Weins, die könnte man eigentlich auch mal äh... äh... um produzieren. Und weins. Den Twins. Na, die Knochen dauern auch, wa? Hm... Hm... 30 Sekunden, ne? Ja, ich dachte, äh... bevor wir jetzt auch noch Fossilien da in die Kiste packen... Na, was soll das noch rausmachen? Na, was soll das noch rausmachen? Na, was soll das noch rausmachen? Hm... Hm... Alles, was zuviel ist, was man irgendwie so braucht. Kann man ja wegschmeißen. Also, die Steine... Und den ganzen Rotz. Erstmal ja. Du wirst mal gucken, ob ob oben für Steine benutzen wird Haus. Es gibt ja da so einige... ja stone fans ja nehmen wir dann eine stone floor das haben wir für ihn war stack it stone wall deckt heißt das scheißiger heißt jetzt nicht was sagt hier eine poison bomb neue beigekommen darum es hat auf dem kling gemacht quatsch wie gut frau aufgenommen habe wie gut gut nicht wupp wie ein rambo tuft fris bomb so so ja mit den steinen und so da weiß ich nicht sind aber auch glaube ich irgendwelche weggefallen dann doch nicht hier ist die stone block wo dann brauche ich mal ein paar von knochen 32 die kann man ja schon mal oben ein bisschen verbauen sowas wand wo fang mal die wand an wo bäuchten wir mal kisten kisten wir haben auch von dem kraftigen table ach so weiter unten ein bisschen von dem dreck weg die werden bei mir gar nicht angezeigt das war keine kiste bauen da muss wahrscheinlich irgendwas anderes erst bauen ich weiß jetzt aber nicht was möglich muss wahrscheinlich irgendetwas bauen da was keine ahnung ich weiß nicht was da da stehen hast alles bei den blöcken wo er geheist hat mal eben gucken es gibt ja verschiedene ich wollte nämlich mal eine kiste für werkzeuge machen aber ich habe jetzt zwei gut einig selbst wo ich nichts mit anfangen unter furniture muss verstehen ja ich weiß nicht was er da alles hat noch gar nichts ich habe keine furniture noch gar nichts machine sein decor hast ja ja da muss man irgendwas mit dekor bauen vielleicht kommt da was neues mhm woodwall ich muss doch irgendwie eine maschine noch bauen oder sowas und dann kriegst du meistens immer andere sachen freigeschaltet aber wer ich jetzt genau weiß ich nicht mehr und dann ist schon länger her so ich wollte ja auch die ganzen feunde mal ein bisschen weg tun wenn ich das zum beispiel auch so ein blümchen achte auch hin und wieder drauf dass er in den beiden kisten mag guckst weil du hast gerade schon sachen in die rechte kiste gepackt wie in der linken kiste schon drin war wenn man sie die holzkisten die blumen muss daraus hoffen scheiße drin noch hatte doch jeder hat hier noch mal reingeschmissen wird das hat jetzt so lange gedauert für so einen neuen knöchelchen falls du die twine suchst sie sind jetzt in der linken kiste ach so gut doch gerade so einen hat ihrer weg von gemacht habe ich doch gemacht Junge 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 was ist das denn hier schreddet liefst also kann man also damit machen schön ein langer gang ach mudeln wir mal hier weiter wobei ich war doch eigentlich Pilze am suchen Mist die habe ich doch da sind sie doch will ihn wieder auf Packel schalten ja besonders viel habe ich noch nicht gefunden jetzt weil ich auch gerade nicht wieder oben gab weil dann finden wir zumindest noch obsidian dann müsste hier auch zu finden seien eigentlich ja und eigentlich auf verschiedenen höhen weil eisen müsstet ja auch irgendwo geben habe ich auch noch nicht gefunden wir müssen nicht machen ja ist so dunkel ach da kommt irgendwie nichts mehr ich glaube ich bin ich mal irgendwo ab da kannst du das strip mining machen mach ich ja einfach irgendwo ein paar gänge rein graben man habe ich noch fünf von den extraktoren und find nix da oben ist doch noch dingens obsidian oben ja als in den anderen gang wo du gewesen bist ja dann guck ich da doch noch mal dann müsste da wo wir die vier stück abgebaut haben es noch zwei stück sein treppe wäre auch mal nicht schlicht da ist ein obsidian und da schön ja obsidian haben wir schon reichlich ist doch gut so ja das kann ich noch nicht aufnehmen ist mein buch zu schwach für warum eigentlich ja man sollte natürlich auch ein anderes buch benutzen aber da brauche ich eigentlich noch gar nicht hat die mining cell die obsidian ja ich brauche die jetzt auch ich habe erst noch kram warte kann ich noch mit dem anderen abbauen ich habe nur wood mining cells von daher benutze ich die jetzt schon und noch einmal licht Blue Concrete, Yellow Concrete kann ich bauen, auch geile Farben von Beton. Ich habe irgendwas gefunden. Für Beton. Tonnenweise Bettrock, massig. Zwischendurch mal ein Steinchen, noch ein paar mehr. Da war meine Meilenzell auf, Zug, da gibts nichts. Aber ich buddel hier mal ein Stück tiefer. Ich habe ja auch noch nicht viel gefunden. Ah, Obsidian. Ja, das ist ja praktisch. Ich habe auch nicht viel gefunden. Glück. Ich finde es auch nicht immer, wenn man das sagt. Stimmt wohl, zweimal. Kannst du direkt nochmal Extraktoren ansetzen, wenn du hast. Ja, ich habe noch drei Stück. Weißt du, was hier drüber neu ist? Das kann nicht. Hallo. Das sehe ich. Wo denn? Da. Eine Decke. Zweimal. Sollten die Oma auch mal fertig sein? Ja. Gehen wir nochmal gucken. Didache haber. Was ist die Letstime? Ach für heute? Da gibt es nur noch ein Wind. Deine